Aber Frauen sind keine Esel, keine Liturdies, die sich ausschließlich auf der Tour de Dire, dem Ausflug des Sprechens befinden, sondern sie wissen, dass Sein nur genießende Substanz und sich vergenießen lassende Substanz ist. Fleisch bist du und zu Fleisch wirst du wieder werden. Und nicht wird jemals das Wort zu Fleisch werden, sondern Fleisch wird immer nur wieder genießende Substanz. Werden.